Ich bin segelarisch unterwegs. Ich fahre wieder Mountainbike. Diese ganzen Dinge, die früher vielleicht ein bisschen schwieriger waren, wo man vielleicht weniger riskiert hat, sage ich einfach mal. Da bin ich jetzt wieder richtig mit dabei und das mache ich jetzt einfach wieder. Und das ist einfach eine Sicherheit, die da zurückgekommen ist. Ich vertraue da meinem Herzen wieder. Das ist alles wieder top. Ich bin der alte und der neue. Das schafft dann, glaube ich, dann noch mal weiteres Potenzial.